Oh fuck, seht ihr das, was hier gerade passiert, Freunde? Achtung, Achtung! Jetzt wird's wieder heiß und fertig! Heute bei Flash Angetarkt spielen wir Stardust, Galaxy, Various und wenn das schon steht, press A oder Enter to Start. Pressen wir einfach mal A! New Campaign! Äh... Advance. Ach man, hätte das auch ändern können. Okay. Deploying in 5, 4, 3, 2, 1... Null! Okay. Okay, wir müssen schießen, glaube ich gleich. Aber wir schießen, halt. So fighten wir. Ah, okay. Bam! Wir müssen Steine zerhauen. Das ist natürlich sehr... Oh fuck, woher kommen die Dinger her? Ich liebe es, einfach Sachen sinnlos zu zerstören. Damage Boost! Was war das für ein Riesensteiner? Kann man das Spiel überhaupt verlieren? Ja, kann man. Hier oben ist ein Ding, okay. Don't know. Oh. So. Stage cleared. Okay. Was nehmen wir denn für ein Upgrade? Kann man das irgendwie aussuchen? Nehmen wir doch das. Okay, das wird schon schwerer, glaube ich. Okay. Alles kein Thema für mich, natürlich. Bam, bam, bam. Alles zerstören. Oh, habt ihr das gesehen, Freunde? Bin ich tot? Ich bin tot. Okay. Nochmal von neu. Alles natürlich mitnehmen, was geht. Oh fuck, seht ihr das, was hier gerade passiert, Freunde? Oh fuck, wie ich hier zerstöre. Wo ist denn hier ein Big Asteroid? Das hier, oder was? Oh fuck, das hier. Oh fuck, das hier. Quids sind hier garantiert gerade. Ah, okay, der geht langsam down. Guckt es euch einfach nur an, wie ich das hier kläre. Bam. Auch die zweite Stage gecleared. Was nehmen wir denn hier? Ich kann mich nie entscheiden. Decreased Damage taken from bullets. And collisions. Äh, decrease. Okay, ich dachte increase. Und dachte so, hä? Das macht gar keinen Sinn, das zu nehmen. Wer nimmt das? Alles zerstören hier. Das will ich auch noch zerstören. Hallo, komm her. Konnte ich nicht mehr zerstören, okay? Triple Short. Damage boost. Armour repaired, okay. Okay, da habe ich direkt zugeschlagen hier. Habe nur noch Hälfte Energie gerade. Muss ein bisschen aufpassen deswegen. Naja, möglichst immer weit vorne bewegen, damit ich da alles kaputt machen kann. Damage boost, okay. Okay. Erstmal ein bisschen erholen hier. Wow, was ist das? Ah, man kann doch schießen. Das sehe ich jetzt erst. Ich habe kaum noch Energie. Ich habe echt kaum noch Energie. Was ziemlich kacke ist, wenn ich ehrlich bin. Fuck, ich bin tot. Okay. Muss ich die Stage jetzt komplett nochmal neu machen. Sieht so aus, oder? Ja. Oh man, wie bitter. Jetzt aber, wo ich weiß, dass ich schießen kann. Es ist alles viel einfacher natürlich nochmal. Hoffe ich ebenfalls. Wobei ich hier auch einfach vorne direkt reingehen kann und einfach alles platt machen. Ich kann aber auch so bestimmt irgendwas machen, aber so kann ich viel besser regeln, wenn ich draufschlag. Ihr seht das, da regle ich immer direkt, wenn ich draufschlag. Und wenn ich irgendwie schieße, dann nicht so geil. Muss ich ehrlich sagen, aber naja. Oh, stirb doch einfach, du scheiß Ding. Ich bin tot. Das gibt es nicht. Komm, einmal machen wir das noch. Gucken wir noch, dass wir hier alles zerstört kriegen. Bäm, 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 bäm. Einfach wie wild um mich schlagen. Gucken wir mal. Okay, Bullet Frequency habe ich wieder. Das könnte ich jetzt glaube ich nochmal gebrauchen. Das Ding will einfach nicht kaputt gehen jetzt. Das Ding gibt auf jeden Fall nicht auf. Jetzt kommt wieder das Riesending. Oh fuck, der macht ab und zu seine Mega-Attacke. Dann sehe ich immer alt aus erstmal. Oh fuck, was hat mich da getroffen? Ich weiß es nicht, aber ich würde sagen, das war dann auch ein netter Einblick in das Spiel. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch mal einen Daumen nach oben da, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ein Abo und über eure Kommentare freue ich mich auch immer. Ich verabschiede mich für heute, wünsche euch noch einen schönen Tag. Sage bis morgen, haut herein, ciao! Ohhhh!